Grüßt euch und willkommen zu einem, ja, wichtigen Infovideo, Freunde, denn es ist wieder soweit, nach, boah, fast zwei Monaten wirklich, äh, gibt es den nächsten 15 Hearthstream-Freunde mit dicker Eskalation vom feinsten, Freunde. Die Sommerpause ist vorbei, Gamescom ist vorbei und jetzt, ja, kühlt auch der Sommer bisschen ab, sag ich mal. Es wird kühler hoffentlich am Samstag, wie ich das Wetter gesehen habe, wird es auch kühler. Also diesen Samstag wäre es ja eine halbe Katastrophe, aber gut, da war auch die Gamescom. Ähm, wie gesagt, Freunde, gibt es den 15 Hearthstream diesen Samstag, das wäre der, ich gucke gerade mal schnellere nach, das wäre der zweite, ähm, September, Freunde, zweite September. Und ja, wie immer fängt der Stream an von 12 Uhr mittags, also mittags, morgens, whatever, bis 3 Uhr nachts, guys. Ne, das sind die 15 Stunden, die, äh, durchgedröhnt werden mit 1000 Bereichen. Äh, was werde ich in diesen Stunden machen? Ganz einfach, Freunde, wir werden Shiny handen, wir werden, äh, Triple, äh, Wundertausch machen, anstatt Double Wundertausch, das ist ja, da ist immer das best, sozusagen, kleinere, ja, ein besserer Highlight noch im 15 Hearthstream. Es gibt Triple WT, Freunde, es wird wahrscheinlich auch Triple Hunting geben, oder, ja, mal gucken, ich bin nur unsicher, mit wie viel Gerät ich handen werde. Projekte zum Handen werden natürlich Kanto-Region sein, oder vielleicht auch was anderes, mal gucken, lasst euch da überraschen. Es wird, wie gesagt, Shiny Hunting vom Feinsten geben, es wird auch auf jeden Fall geile WT-Boxen werden rausgeballert. Des Weiteren wird es ein Metronom-Battle geben, Metronom-Pokey wird dann halt, äh, von den Moderatoren und von meiner Wenigkeit dann vorher vertauscht. Das heißt, beim Metronom-Battles könnt ihr euch natürlich auch rein mogeln, Guys, um mitzumachen. Und, ja, sonst lasst euch überraschen, was es noch so geben wird. Es wird auch irgendwelche Gewinnspiele geben und so ein Kram, jeden 15 Hearthstream. Ich weiß, dass jetzt hier im Hintergrund mein Fenster offen ist. Äh, anders geht's nicht, weil sonst 120 Grad hier in diesem Raum. Ähm, ja, sonst, was gibt's noch zu sagen? Ja, Double S-Coins, das heißt, in der Zeit von den 15 Stunden gibt es doppelt so viele S-Coins für alle. Habt ihr VIP oder ihr holt euch das VIP-Paket, kriegt ihr sogar bis zu 8 Mal so viele S-Coins, Guys. Also lohnt sich schon auf jeden Fall, da am Start zu sein, wie ihr wollt. Und, äh, sonst gibt's halt doppelt so viele, äh, Poker-Quiz-Punkte. Und bei Saka-Catch werde ich mir irgendwelche coole Sachen ausdenken, dass da vielleicht die Shiny-Quote besser aussieht beim 15 Hearthstream oder so ein Kram, ne? Also, Guys, bereitet euch auf jeden Fall vor, trinken, essen, sonst was. 15 Hearthstream diesen Samstag, Eskalation pur, am 2. September von 12 bis 3 Uhr nachts, also auf den Sonntag sozusagen. Seid am Start, Freunde, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, äh, schreibt hier unter, äh, sag ich mal, Video. Ich werde's auch auf jeden Fall beantworten, sonst würde ich mich freuen, wenn ihr das Video auch teilt, sodass eure Buddies, Freunde, whatever, auch wissen, was am Samstag so hier abgeht, Guys. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wo der Stream ist, den Stream findet ihr auf meinem Twitch-Kanal, Freunde. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Zieht euch den Kanal einfach mal rein, schaut vorbei und wir sehen uns dann, ja, wahrscheinlich Samstag oder schon vorher, je nachdem, ich streame auch gleich wieder. Also, Guys, bis hierhin, euer Saka-Catch, ciao.